Schenk normale Superhelden, yeah! Der stinknormale Wochenplan, was steht an? Ich brauche noch ein paar helfen, ein Handy bitte! Bernd und Sophia entrümpeln den Stadtkarten und fahren den Müll zum Werkstoffhof. So wie es sein muss. Jetzt soll ja Leute geben, die ihr Zeug einfach so an die Straße schmeißen. Mittwoch, Tonstudio Charlottenburg. Arbeiten am neuen Superhelden-Zong. Mit ich und Herr Mayer. Ja, geil! Rathaus Reinickendorf. Video-Interview mit mir zur Registrierung bei der DKMS. Freitag. Superheldenschule im Krugpark. In Brandenburg. Los geht's! Los geht's! Plastik. Tschüss. Wir haben einen Aufrag oder so gefunden. Nicht verschwenden! Wiederverwenden! Es ist sehr schön, dass wir so ein Klausack gefunden haben. Abends Blutspenden in Rathenow. Ich würde sagen, es läuft ganz gut. Sie sind heute auch freudiger Spender? Ja. Alles gut bei Ihnen? Ja, ich bin schon bei einem dritten Visa. Wahnsinn! Fertig. Und Sonntag Pokémon-Tauschbörse. Pokémon-Tauschbörse. Für Kinder! Jeder von uns macht jetzt einen Booster auf. Und egal was drin ist, es wird verschenkt. An ein Kind. Ja, kein Hit so richtig, aber okay. Ich mach jetzt auch. Eisenhandschuchkauf. Werde ich dir jetzt mal verschenken gehen. Ich mach! Älerger! Älerger! Ich mach!